So, Bimu, Sunze oder so in einer neuen Folge. Das ist unser Gegner, Marques und Schommelf. Oh oh. Oh, nee. Wäre der andere wohl auch noch rangekommen. Aber ich hätte es irgendwie noch essen. Nee, warum? Da wäre ich nie mehr zwischen Schechen mehr rangeflogen. Ah, leck mich. Wow. Shit, die fuck. Whoa. Was für das? Oh, shit. Shit. Nice. Das war ein scheiß Anstoß. Ah, leck mich. Da hat wieder so ein bisschen... Ah, shit. Reaktionszeit gefehlt. Nein. Schön, schön, schön. Schade. Ah, wuhu. Ah, shit. Knapp. Knapp, knapp. Ah, von knapp kann man sich auch nichts kochen. Nein. Das hätte das 4-2 sein müssen, ey. Und ich verkack's. So kläglich, ey. Meine Fresse, ey. Die. 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 Nice, nice Noch haben wir den nicht unbedingt verloren So, wenn ich booste habt Nein Ach, scheiße, Mann Ich hasse so ne Bälle Ach, leute Okay Huh Gibt's doch gar nicht, ey Toll Gleich zum nächsten Match, ey So, scheint wieder kein Team-Match zu sein Ich hab das Gefühl, da läuft es immer irgendwie ein bisschen besser als gegen so ein Vereins-Match Gegen so ein Vereins-Match vor allen Dingen Musste ich einfach versuchen Nein Nein Oh, schütt Ayy, ayy, ayy Ich hab das Gefühl, da laufen Oh, schüttel Ich habe das Gefühl, da läuft es immer noch ein paar Jahre langs Okay, das war der Ich bin wirklich ein paar Jahre langs Ich weiß, wie es das ist, was ich passiert, weil ich dann schon immer wieder Ah, schade Ah, was war das denn, ey? Irgendwie habe ich momentan echt Probleme Aber das ist schon seit dem Ende der letzten Season so Dass ich Abstände überhaupt total falsch einschätze Manchmal habe ich auch das Gefühl, das liegt vielleicht doch um Also zu 25% am Controller Der Rest ist einfach wirklich scheiße für mich Ob ich vielleicht doch mal langsam einen neuen Braucher, keine Ahnung Macht er selber, macht er selber Mist, ich wusste nicht, wie ich mich jetzt falten sollte Schön Oh, der kommt gut Schön 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 Ich würde mich dann auf jeden Fall noch nicht abschreiben Au, Leute Ich sage, das war wieder so ein Ding Wo ich eigentlich das Gefühl hatte Ich habe schon vorgedrückt Und er hat später reagiert Keine Ahnung Oh Damit er sich jetzt nicht mehr errechnet Und auch Schuss Schön Okay, sollte eigentlich Jetzt safe sein Okay Du hast Wurst denn wieder für diese Folge Spezie, bedanke mich Bis denn